Ich lese das Solinger Tageblatt von Freitag, den 8. November. Wie immer stehen Nachrichten aus dem Bezirk Höschheit. Im Vordergrund der Lokalteil ist grün überschrieben mit Solings, Neidziger und Verschämtheit. Man muss dann mal gucken. Ich finde es ist keine schöne Zeitung. Die Karikatur gestern war ein Lichtblick, das war eine Schwarz-Weiß-Karikatur. Im Titel heißt es, Kram Karm Bauer fordert nationalen Sicherheitsrat. Die Forderung kommt schon mal öfter aus der CDU, wenn man nicht weiß, was man fordern soll. Und das Titelbild ist James Dean Wiederbelebung für Film per Computertechnik. Am 30. September 1955 kam Filmstar James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun, und Giganten in der Nähe von Co-Lame im US-Bundesstaat Kalifornien bei einem Autofall im Alter von 24 Jahren ums Leben. 64 Jahre nach seinem Unfalltod soll der Post-Tub mit zwei Oscar-Nominierungen bedachte Schauspieler jetzt wieder in einem Film mit Wirken mittels Computertechnik. So. Auf dem Titel heißt es weiter, Lufthansa und UFO-Kurs auf Schlichtung. Mädchen soll Halbbruder getötet haben aus Bielefeld. Gesundheits-Apps auf Rezept. Bundestag belegt das Gesetz zur digitalen Versorgung. Das ist abartig. So. Im Lokaltal heißt es, Ärger über Falschberger an Elektro-Ladesäulen. Es passt zum Thema Elektroauto fürs Ordnungsamt. Immer wieder blockieren Autos mit Verbrennermotoren. Hier steht Verbrennermotoren. Früher hieß es Verbrennungsmotoren. Eine Verbrennung und es verbrennt ein Verbrennermotor. Pui. Ihr könnt ja in Deutsch. Die Parkplätze an Ladesäulen, die für Elektromobile reserviert sind, das ärgert etliche Fahrer von E-Autos. Bei den Stadtwerken ist das Problem bekannt. Zahlen liegen aber nicht vor Schilder und Markierungen. Haben offenbar nicht viel gebracht. Heino will Freizeitpark Gittertal unterstützen. Das gab es schon mal. Der, ja steht hier auch. Der Sänger hat die Anlage 2014 mit seiner Frau Handelow besucht und will sich nun per Videobotschaft an seine Fans für deren Anhalt einsetzen. Und dann gibt es wieder Nachrichten, die unter grünen Solingen stehen. Es geht um den Scheiß für Badal-Handballverein. Ich finde es abartig, wie viel Raum der einnimmt. Und wie prominent der platziert wird, die spielen nämlich gar nicht in Solingen. Aber für die neue Halle brauchen es keinem klar. Ein Blick auf die Karikatur. Schwarz-Weiß. Du musst abnehmen, Bundestag. Du, aber auch. Und ich weiß nicht mehr, ob der Kanzlerarbeitsminister momentan ist. Ich glaube, das ist Peter Altenherr, der gesagt ist. Er steht dann okay. Jetzt müssen wir nur noch den Bezug. Das Ende der Blauäulichkeit in den Alps mit Risiko. Es gibt keinen Bezug. Es ist so eine Allerwelskarikatur. Es ist keine schöne Seite 2. Das hier beim Studium soll jetzt zur Pflicht werden. Zum Lokaltagen. Also, Sportseite 9. Lass mir die Brusten schlagen wieder zu. 2-2-1. Neuverkappen. Oder Europa League. Europa League. Schalke und Darbach öffnen. Rückrunde finden auch gut. Leverkusen. So, lieber Sport. Ich habe eine Klima. Das spielt aus dem Sinne. Das ist eine schlechteste Kino. Das kann man auch keinen gesehen. dann gibt es hier noch mädchen so so dem thema sagt martin zu ist der sagt martin war der gezeigt wird keine hirschheit ich sehe kein bekanntes gesicht obwohl ich seit über 35 jahren in der stadt lebe schon wieder komisch bfs fordert bricht zum kreisel bonner straße die gibt es nicht das ist eine abbekreuzung da soll im kreisverkehr plan werden arme städte sollen reiche einladen stadtkimmer ralfweg unterstützt das auto erfasst vater und kind katternberger straße ist höchert das passt dazu wie die leute die autofahren dass da so ein unfall passiert ist renoble freizeitpark datar und das ist auch nicht aus höchert bürgerhof da gibt es container warum auch immer container wenn zum nicht zum schlubbier küche am bürgerhof muss ein zelt ausweichen und die zeit wird die grundschule war ja und warum das der bürgerhof nicht ich verstehe die zeitung nicht hat sich mir wieder jubiläum schwertstraße bundesverdienstkreuz mal drei treffende gymnasium schwertstraße eric pino von friedenthal und wolf peters und dr ingo wolf mit den verdienstkreuzen ich kenne sie alle nicht außer vom sehen die wohnen jetzt in krevel alten berg bei munster und dort mit der richtigen mädchen nachmittags habe ich auch anders erklärt bekommen die war auf die schule ich hoffe das wird besser morgens die mädchen nachmittags hier zu allem in der kreuzigung tschüss 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 tschüss